Normalerweise zeige ich euch auf diesem Kanal ja Videos zu all meinen Minifiguren und zu meiner gesamten Sammlung. Aber heute zeige ich euch mal meine gesamte republikanische Armee. Ich hatte gerade voll Lust an der Laune und jetzt mache ich das Video für euch. Im späteren Teil wird es sogar nochmal richtig spannend. Bleibt also gerne dran und lasst dem Video auch gerne ein Like da und ein kostenloses Abo diesem Kanal. Würde mich mächtig unterstützen, damit ich auch in Zukunft Videos dieser Art hier machen kann. Okay, die Fraktion, die Republik. Ich glaube, für viele hier meiner Zuschauer und mich eingeschlossen, ist einfach die Republik die Fraktion, die man gerne unterstützt, die man gerne hat in seiner Sammlung und die man vor allem auch in Masse sehen will. Jetzt fragt ihr euch natürlich, Visible Brick Studios, warum sind hier nur diese Clone Trooper? Ja, das sind jetzt nur meine Clone Trooper von der 501. inklusive ein paar extra Figuren. Also alles, was ihr hier sehen könnt, ist 501. inklusive ein paar flotten Figuren. Und auch fehlen mir hier jetzt bei dem Video ein, zwei Figuren im Detail, denn die stehen dort hinten in meiner Clone Trooper Sammlung. Da thront sie ganz hinten im Hintergrund, logisch. Und bis nach da oben hin. Also, wenn ihr mal Interesse habt, alle meine Clone Troopers aus meiner Clone Trooper Sammlung euch anzusehen im Detail, klickt gerne auf das Video, was ich euch hier oben rechts verlinke. Dort präsentiere ich jeden einzelnen, bis auf aktuell drei Neuzugänge. Da oben sieht man Captain Rex, den alten Phase 2 Commander Wolf und einen Wolf Pack Trooper aus Star Wars The Clone Wars. So, das sind die Neuzugänge. Aber ich wollte jetzt nicht jeden einzelnen rausnehmen. Also ihr versteht schon, was ich damit meine. Und auch wollte ich jetzt hier auf der Platte keinen blöden Mischmasch haben, denn dafür habe ich diese Platte hier angelegt. Ich zoome euch mal ein bisschen weiter raus. Hier sehen wir zum Beispiel die Legion von Mace Windu. Dahinter noch ein paar Phase 1 Trooper. Hier vorne die Schocktruppen, die ich noch so übrig hatte. Hier die 212. Man merkt wirklich, 5 von den ersten ist einfach bei mir. Sie ist am meisten da, sagen wir es so. Dann hier ein paar Kashyyyk Trooper und da hinten Geonosis Truppler. So, sie sind da, sie existieren. Ich habe natürlich auch die entsprechenden Sets. Und dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal bei den Minifiguren an und arbeiten uns dann durch die gesamten Sets durch. Starten tun wir hier vorne mit Anakin Skywalker. Ich habe mich jetzt mal für die Clone Wars Variante entschieden. Denn das ist auch das erste Mal, wo ich Anakin Skywalker gesehen habe, bei Star of the Clone Wars nämlich. Links davon Commander Vaughn. Oder war es Captain? Nee, Captain Vaughn war es hier gewesen. Daneben Captain Rex auf der rechten Seite. Das ist der neuere Captain Rex. Und links und rechts hier stehen jeweils 2 normale Klonoffiziere aus dem 501st Specialist Battle Pack. Dachte ich mir so sehr ganz cool aus als Führungsebene. Theoretisch müsste noch Kandler Purpertin dahin. Aber den habe ich jetzt in der Schnelle leider nicht gefunden. Okay, dahinter befinden sich ein paar Heavy Trooper. Um genau zu sein, fünf Stück an der Zahl. Ebenfalls aus dem Specialist Battle Pack. Dann hier links steht Admiral Yularen, der einzige Klonoffizier. Also ist ja kein Klon, aber er gehört halt zum Offiziersregiment zur Klonwurst-Ära hier in dem Fall. Dahinter ein paar Flottensoldaten. Ich nenne die jetzt gerne Flottensoldaten, weil die sind halt komplett blanko. Und die hat man dann in Phase 2 eher auf Sternenzerstörern oder Veneta-Klassen gesehen. Und dann hier rechts haben wir das 332. Regiment, wollte ich schon sagen. Nein, das ist die Kompanie. Und das ist eine Kompanie eben aus der 501st. Deswegen stehen diese Truppler hier. Dahinter haben wir zwei Sniper. Und ganz weit hinten stehen dann fünf von den Jet-Trupplern. Die sind aus dem 501st Battle Pack. Also dem alten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das heißt. Ich glaube, es hieß 501st Legion Pack. Und aus diesem stammen natürlich auch all die normalen Klon-Truppler der 501sten hier hinten. Vorne sind nochmal fünf Stück mit Gewehren. Und dahinter sind ein Haufen von Klon-Trupplern. Ganz normal blanko mit dem kleinen Blaster. Ich meine, ein, zwei sind auch aus Magazinen dabei. Ich bin übrigens noch sehr froh, eines dieser Battle Packs hier original verpackt zu haben. Die haben mal 30 Euro gut gekostet. Ich glaube, im Rabatt hat man die auch für teilweise 25 bekommen. Heute findet ihr die auf Ebay. Ich glaube, das günstigste, was ich neulich gesehen habe, waren 35 Euro original verpackt. Also es ging schon mal schlimmer. Es ging aber auch schon mal deutlich besser. Man merkt, dieses Pack ist beliebt. By the way, ihr könnt doch auch Ebay übrigens Gunships kaufen aus diesem Battle Pack. So oft gab es die. Okay, haben wir die Klon-Trupper jetzt als einzelne Minifiguren abgehakt. Starten wir mal mit den ganzen Sets. Und da sehen wir hier zuerst mal einen Haufen Speeder, wäre jetzt gedacht. Hier vorne, das ist ein ganz alter Speeder aus dem allerersten Klon-Trupper-Battle Pack. Habe ich auch ein Repair dazu gemacht. Schaut es euch gerne an. Dann hier rechts ist ein Speeder aus dem gleichen Set, wo auch die Bombsquart-Trupper drin waren. Dann hier drei von den Speedern aus diesem Battle Pack. Oder was ich euch gerade eben gezeigt habe. Die dazugehörigen AT-RTs stehen da auch nochmal. Das gleiche, oder fast das gleiche, haben wir hier auch nochmal auf der rechten Seite. Nur, dass hier noch mal ein paar von den Speeder-Bikes drin sind, die ja eine Neuauflage von diesem Speeder hier sind. Ein totaler Knüller, was Lego hier so alles neu rausgebracht hat, nicht wahr? Okay, und dann meine beiden Prunkstücke hier vorne sind die AT-T-Is. Der hier links aus dem Jahre 2014 und rechts von der aus dem Jahre 2000 und lass mich lügen, 23? Oder ist der schon älter? Auf jeden Fall sagen wir einfach mal schlicht und angreifend, es ist der neue. Okay, dahinter stehen nochmal ein paar AT-RTs und Swamp-Speeder, welche von dem Kashyyyk-Trooper-Battlepack und von den 332. Legion-Troopern. In der Mitte dort noch eine Klon-Kommandestation aus dem Battle Pack, Klon-Troopers vs. Droidikas. Dann dahinter wiederum... Boah, da muss ich erst mal rankommen hier. Mal eben aufgerichtet sind die ganzen kleinen Mini-AV-7-Kanonen. Hier noch 2 alte aus dem ARC-Trooper-Battlepack und da hinten die 3 sind aus dem 501 Specialist-Battlepack. Direkt darüber ist mein absolutes Highlight der Sammlung, finde ich. Das ist nämlich der Veneta-Sternzerstörer oder Veneta-Star-Cruiser. Ich bin so an dem Begriff Sternzerstörer gewöhnt, das ist furchtbar. Dann haben wir hier ein Set, welches ich eigentlich niemals haben wollte, aber dann doch zu Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und zwar ist es der... Ah, ich vergesse immer den Namen. Immer wenn dieses Set in einem meiner Videos vorkommt, vergesse ich immer den scheiß Namen und der fällt mir erst im Nachhinein an. Deswegen nenne ich ihn jetzt hier erst mal Juggernaut. Ach, wie war denn nochmal der Name? Es war Republic... Republic, nee, Fighter... Fighter-Tanks. Zu den Fighter-Tanks kommen wir jetzt, ne? Das sind die 3 hier, das sind die 3 neueren. Ich habe nämlich keine anderen Fighter-Tanks. Einen habe ich auch noch original verpackt, irgendwo rumstehen. Das hier war ein Republic... Mann, ey. Ey, verzeih mir komplett, das geht doch nicht. Okay, lassen wir das beiseite. Dann hier meine Klon-Sammlung. Wie gesagt, schaut euch da mein separates Video gerne dazu an. Und hier ein vor kurzem vervollständigtes Set. Die Republic Frigate. Ein unfassbar gutes Set. Wir brauchen eine neue Auflage davon. Und ja, jetzt im Allgemeinen denkt ihr euch... War's das schon? Nee, das kommt noch ein bisschen was. Denn ich bin natürlich auch im wunderschönen Besitz von 2 Gunships. Einmal dem Coruscant Guard Gunship und dem normalen Gunship. Und hierzwischen stehen noch ein paar Jedi Starfighters. Und wie gesagt, das hat jetzt alles nicht da unten Platz gefunden. Wobei ich auch die Jedi Starfighters nicht so wirklich zur Republic Clone Army dazuzählen würde. Und ein Fraco-Speeder. Ein einzelner Fraco-Speeder steht nur rum. Mein allererstes Lego Star-Set. Kommen wir nochmal ganz kurz auf die Minifiguren zu sprechen. Denn wie ihr hier sehen könnt, ja, die Platte, die hat Potenzial mehr aufzunehmen. Und ich selber bin halt einfach ein Freund von großen Klonarmeen. Deswegen, ihr stimmt mir sicherlich zu, wir müssen was dagegen tun. Oder ich muss was dagegen tun. Ganz genau. Seht mal kurz zu. Tja, ich habe nämlich ein bisschen in der Vergangenheit eingekauft, wo ich tatsächlich noch Geld für solche Aktionen wie diese hier übrig hatte. Und ich habe mir das Ganze mal durchgerechnet, also gerade hier kommen sehr viele von den 332 Trooper jetzt in die Sammlung mit hinein. Und die müssten dann alle ungefähr so viel sein, wie die regulären 501st Troopler hier hinten. Also da kommt einiges jetzt hinzu. Ich will euch natürlich aber nicht weiter auf die Folter spannen. Seht nun, wie ich das Ganze hier einmal öffne. Oh boy, ich fühle mich, als wäre es gerade Weihnachten. Dabei haben wir gerade noch Anfang Oktober. Oh, Leute, wir haben sogar ein bisschen was Neues heute in diesem Video. Ich habe, das ist das erste Mal tatsächlich, in diesen Battle Packs Papiertüten. Also das überrascht mich gerade selber ein wenig. Ich hatte die bisher immer nur mit Plastiktüten. Mal sehen, ob ich heute irgendwo auf dem Helm irgendeinen Mistprint finden könnte. Das wäre richtig cool, weil ich habe keinen einzigen Mistprint auf einem Clone Trooper Helm. Übrigens könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dasselbe hier für die Separatistenarmee sehen wollt. Denn offensichtlich, ich habe halt jetzt eine Menge Druiden übrig. Bis zum nächsten Mal. Okay, Freunde der gepflichten Unterhaltung. Vor euch seht ihr jetzt hier das Ergebnis von insgesamt zwei Magazinen und zwei Battle Packs. Und ich glaube, das ist schon eine gesamte Menge. Aber es sind bei weitem eben nicht alle. Denn das hier sind alle. Und ja, ich habe nachgezählt. Es sind insgesamt 44 Klontruppen, die ich hier jetzt in meiner Sammlung hinzufügen darf. Grüße gehen übrigens an der Stelle raus an die 12 Millionen Commander. Ich meine natürlich Captain Vance, die ich hier jetzt in meiner Sammlung besitze. Cool, ich liebe ja benannte Charaktere im Battle Packs. Es geht doch nichts über benannte Charaktere. Ja, besonders hervorstechend ist jetzt Ahsokas Legion. Aber wie gesagt, sie sind ein Teil der 501. Und deutlich kleiner als die gesamte Legion. Deswegen bin ich schon froh, dass ich diese Kompanie eventuell sogar realistisch irgendwann in Lego umsetzen kann. Ich für meinen Teil werde jetzt erstmal alle 44 Klone hier auf diese Platte drapieren. Und dann hören wir uns gleich nochmal wieder. Und dann hören wir uns gleich mal wieder. Und dann hören wir uns gleich mal wieder. Ja, und an der Stelle würde ich mal behaupten, dass ich meine 501. Army doch ein wenig erweitert habe. Gerade wenn wir an die Kompanie der 332. denken. Und die ganzen Captain Vance. Ich bin begeistert. Ich habe jetzt von den Dingern sieben Stück. Also wie Sand am Meer. Und da hinten auch meine Blanco-Flotten-Truppen. Oh, sieht das schön aus. Und auch die beiden Five of First regulär haben sich wunderbar in Reihe und Glied eingefügt. Und diese Massen an Jet-Trupplern. Klar, man kann das Jetpack abmachen und dann seine reguläre Truppen. Also das ist schon... Ich finde es cool. Ja, und natürlich sind auch die Schock-Truppler nicht zu kurz gekommen. Die haben Platz bei ihrer Familie gefunden. Das sind ja vier neue Stücke jetzt dazugekommen. Stehen jetzt da hinten mit den Visoren. Cool. Also ein Mock mit Schock-Truppen kann auf jeden Fall demnächst mal in der Zukunft kommen. Okay, Leute. Und an der Stelle möchte ich das Video jetzt auch beenden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen. Wenn ihr diese Videos nicht mehr verpassen wollt, denkt daran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und eventuell ist ja das nächste Video dieser Art dann mit dem Separatisten-Regiment. Oder eventuell auch mit dem ganzen Imperium. Wer weiß das schon. Aber wir hören uns erstmal im nächsten Video, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.